RRRAPADO RRAPADO 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 Oh ja, so kam ein Ball. Okay. 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 Ja, ja. Ich verstehe es nicht. Okay. Was... Was jetzt? Alle auf den... Der Lichttyp liegt in Führung? Der Schwer hat doch gerade erst angefangen. Wie kann man da schon mit 9 Punkten in Führung legen? Lol, ist hier ein abgestürztes Raumschiff. Das sieht ja mal geil aus. Das sieht ja mal geil aus. Alter, ist hier richtig... What the actually fuck? Muss ich irgendwas drücken? Bin... Was? Okay. 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 Laut unserer Spione ist Vader in der Nähe. Haltet die Augen offen. Oh, oh, Vader. Boah. Wo ist Vader? Er ist sehr nah. Ich kann es spüren. Das ist das Ende des dunklen Lords. Ich habe ein... Ich habe ein Prozent. Ein Prozent. Ein Prozent. Wahrscheinlich, weil ich am wenigsten raufgeschossen habe. Ein Prozent. Ein Prozent. Oh, Scheiße. Ich werde niemals irgendein Schokorad sein. Oder irgendwas auch immer. Ah. 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 Wo ist der denn? Ich komme noch nicht mal... Ich sehe immer nur die Action. Wie bei Cloverfield. ... So. Oh, jetzt habe ich drei Prozent. Ja. Drei Prozent. Ich muss echt mehr Schaden auf den machen, damit ich hier irgendwie... Hahaha. Ist so eine Lachnummer gerade, ne? Okay, dein. Das ist ja schlimmer als Evolve. Wo ist der denn? Hilfe! Wow. Ey, was für ein Spielmodi. Ganz im Ernst hier. Ich komme mir noch nicht mal dazu, irgendwie Schaden zu machen. Ich glaube, die kann man echt spielen, wenn man maximal irgendein Jet-Boost-Jump-Jet-Ding hat. Guck mal, die sind ja alle... Jetzt bin ich hier unten im Graben und darf hier außen rumlaufen. Hallo? Oh, der darf ja echt viel machen. Yeah, eine Trophäe. Jetzt bin ich bei 8%. Oh mein Gott. Wird das immer nur unter den Top-Dreien da ausgerechnet? Da habe ich ja gar keine Chance. Da werde ich ja niemals irgendwas... Ja, er sieht mich und ich bin tot. Wie soll ich jemals so eine Menge Schaden in diesem Modus anrichten? Irgendwie... 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 Nee... Wir haben es geschafft! Ah, ich meine jetzt 15%. Ich habe das Wälder ein bisschen in den Rücken geballert. Was geht? Ich komme immer näher mal daran, nichts zu tun. Da ist schon wieder ein Wälder. So, wo ist der Wälder? Ich habe einen Raketenwerfer. Wo ist dieser Typ, der sich Wälder nennt? Ich nenne ihn Darth Schnelltot. Jetzt läuft der da oben lang und... Jetzt ist der schon tot. Ich komme hier nie zu Mars. Fresh Dope. Oh, Boba Fett. Das ist ja ein Gerenne hier, ey. Es ist irgendwo. Ich kann schmecken. Weiß ich... 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 Ganz ernst. Wo? Wie? Weshalb? Warum? Wo, 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 wo ist denn das, was hier gerade passiert? Ich verstehe das gerade hier nicht. Wie kämpft der da oben auf dem Raumschiff? Wie sollen denn normalsterbliche Leute da hinkommen? Oh, ernsthaft. Das ist doch für mich nicht machbar. Also der Mode liegt mir mal überhaupt nicht. Das ist total scheiße. Oh, ist das sinnlos. Ich glaube, ich bin der einzige, der nicht einen Punkt wahrscheinlich gemacht hat oder sonst wo dran war. Ah, schon wieder Boba Fett. Ah, ich dachte jetzt, das wäre er. Ich bekomme den noch nicht mal zu Gesicht. Boba Fett ist ein Mythos. Der ist ja noch selten als ein Scheiß. Wo ist der denn? Ach da. Wow. Ich habe daneben geschossen. Oh, ein Prozent habe ich doch dazu bekommen. Ein verschissenem Prozent. Alter Leute, nichts für ungut. Aber ich hasse diesen Modus, wenn ich so ein lauer Bob bin. Ich kann mir erst mal vorstellen, man ist schnell unterwegs mit Jetpack. Aber ohne Jetpack renne ich mir jedoch die Füße wund. Und schaffe nichts. Meine Güte. Nein. Wo steckt er sich da drin? Ich bin genau gemacht. Wo steckt er sich da drin? Mann soll der Tag Ich renne mir hier die Füße bunt, ich renne mir hier die Füße bunt. Und wahrscheinlich, wenn ich dann irgendeinen Helden bekomme, bekomme ich so einen Grido, der innerhalb von einer Sekunde tot ist. Und bin dann auch tot, weil ich so einen noch nie gespielt habe. Allgemein habe ich noch nie einen Helden gespielt. Oh, ist das nice. Ja, ich hätte auch gerne einen Jetpack. Was für ein Gerenne hier. Und wenn ich dann ankomme, ist die Schlacht schon wieder 10 Kilometer woanders. So, jetzt darf ich aber mal dazugehören, oder? Nein, immer noch nicht. Alter, bin ich kacke in diesem Modus. Aber richtig kacke. Zumindest renne ich hier, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aber hier. Jetzt habe ich ein paar Sekunden Vollsprung. Nein, ich hätte da oben langlaufen sollen. Ah, ah, ah. Ich will schon mehr so schnell wie die Gruppe selbst. Ich habe einen Punkt? Wie kann ich denn einen Punkt haben? Oh, der Orbital Strike ist mal hart daneben. Wo ist der denn? Da hinten rennt er weg. Alter, das ist ja schlimmer als einen Yeti zu fangen. Oh, dann! Ist das eine Krütze hier? Ey, nee, ne? Ich kann mal echt hart nicht... Ich, 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 ich feiere den Modus mal gerade gar nicht. Zumindest nicht, solange ich ein Jetpack wahrscheinlich besitze. Weißt du, wie ist das für normal Menschliche denn überhaupt möglich, auf diesen, auf, auf diesen Raumschiff zu stehen? Das ist echt uncool. Komm, klettern wir mal hier hoch. Ach, ach, der klaut mir das auch noch. Alter, der macht sich da Punkte. Und was ist das hier? Ist das der nächste Spawnpunkt oder so? Oder einer der möglichen Spawnpunkte? Gucken, wenn sie da hinkommen, spawnt der dann hier? Oh, das schaffe ich jetzt eh nicht. Oh ja, aber der spawnt der jetzt, oder? Oder auch nicht. Nur einer der möglichen Spawnpunkte wohl gewesen. Nice! Das heißt für mich, wieder die Beine in die Hand nehmen und rennen. Action pur. Und Spannung hoch 10. Wird Sebastian es noch schaffen, unter die Top 3 zu kommen, um eventuell ausgerollt zu werden. Hallo! Hallo! Jetzt kommt, das muss mir doch ein paar Punkte hier gebracht haben. Ich habe ihn ein paar Mal angehesselt. Jetzt bin ich bestimmt bei 18%. Das war schon. Niederlage. Ich bin... Ich habe... Ach, mein Gott. Alter. Also der Modus, der macht ja mal Spaß hoch 10. Nicht nochmal... Danke. Bitte verlassen.